an die tobias ja jonas ja es gab letzte woche keine keine einschlafen folge kann gar nicht mehr vernünftig einschlafen ja bin schon ganz übermüdet aber es geht trotzdem nicht das ist das ist natürlich sehr blöd weil es war ja die tolkien tage und waren halt im wasser das wort so land unter ja dass wir es überhaupt nicht geschafft haben die haben so eine einschlafen folge aufzunehmen und anja hast du für heute was vorbereitet ich hätte da eine alternative von den tolkien tagen wird gebracht weil zum vorbereiten hat mir jetzt ehrlich gesagt auch die kraft gefällt aber es gibt eine inoffizielle dtg gute nacht geschichte die können wir dem jonas heute vielleicht vorlesen ja vielleicht kann er dann auch wieder einschlafen das hoffe ich gut und dann würde ich mal sagen machst dir bequem jonas ja kuschelt mich schon mal in den augen und dann lesen wo ich jetzt mal die geschichte vor papa rülpst und dann bin ich eingeschlafen ein weiterer tag neigt sich dem ende entgegen ich sitze im wohnzimmer vor dem fernseher und hoffe dass meine eltern mich nicht bemerken ich mag noch schlafen kann immer so schlecht einschlafen und bin auch noch nicht müde doch dann kommt meine mama rein ab ins bett mein schatz es ist spät sagt sie liebevoll aber mama ich will noch nicht ich will heute noch länger wach bleiben und müde bin ich auch nicht trotzig sehe ich sie an doch sie bleibt streng stampfend folge ich hier ins badezimmer immer dürfen alle anderen lange wach bleiben nur ich nicht dabei bin ich auch schon groß mama gibt mir meine zahnbürste und ich schrubel mir meine zähne das machen wir jeden abend gemeinsam mama kann ich nicht gleich noch ein bisschen spielen ich bin doch noch gar nicht müde versuche es noch mal doch sie bleibt hartnäckig nein es ist schlafenszeit also wasche ich mir mein gesicht und ich ziehe mir meinen lieblings schlafanzug mit zipfel mütze an und dann werde ich wirklich ins bett geschickt mama kann ich nicht noch ein bisschen länger wach bleiben frage ich und schaue sie mit großen augen an sie lächelt mich an und streicht mir über den kopf nein du brauchst den schlaf erklärt sie mir ich lege mich ins bett und sie deckt mich zu trauma kommt auch noch kurz rein und beide geben mir einen guten nacht kuss bevor sie das zimmer verlassen und dann liege ich im bett ziehe die decke bis an die nase drehe mich auf die seite und drehe mich wieder um ich wälze mich hin und her von dem rücken geht es auf den bauch und danach schon wieder auf die seite genervt mache ich meine augen wieder auf und stehe an meine zimmerdecke ich versuche es wirklich ich gebe mir wirklich mühe einzuschlafen doch ich bin viel zu wach ich mache die augen zu nur um sie kurz darauf wieder zu öffnen es geht nicht ich kann noch nicht schlafen also stehe ich auf und habe sie die treppe hinunter wo meine eltern zusammen auf dem sofa sitzen was ist denn los großer fragt papa mich ich kann noch nicht schlafen kann ich ein bisschen länger wach bleiben bettel ich nein es ist spät du musst schlafen ich komme mit hoch dann schließt du ganz schnell verspricht er mir also gehe ich wieder mit papa nach oben er schlägt mir die bettdeckel um damit ich ins bett krabbeln kann dann legt er sich neben ich kuschle mich an ihn leise erzähle ich ihm was ich heute alles gegessen habe es gab ein großes zweites frühstück mit tüften und pilzen ich hatte brot mit ganz viel honig und natürlich waffeln und heute mittag habe ich noch den ganzen kuchen aufgegessen nach einer weile schaut papa zu mir runter und sieht dass sie immer noch hellwach an seiner seite liege das hilft wohl nicht viel bemerkt er ich frage mal mama ob sie noch eine idee hat ich bin gleich wieder da vorsichtig löst er sich von mir und geht aus dem zimmer kurz danach kommt mama herein liebevoll setzte sich an die bettkante und singt mir mit gedämpfter stimme durins lied vor als es endet öffne ich wieder meine augen auch das hat nicht geklappt mama frage ich zaghaft darf ich ein bisschen länger wach bleiben tut mir leid schatz aber es ist wirklich schon spät was hältst du denn davon wenn wir noch eine gute nacht geschichte lesen schlägt mama mir vor auja rufe ich begeistert dann such dir mal eine aus ich entscheide mich sofort für meine lieblingsgeschichte da geht es um zwerge und drachen und einen großen schatz ich lege mich wieder ins bett und mama liest mir vor ich spüre wie meine augen schwer werden als die geschichte aber zu ende ist öffne ich wieder meine augen mit einem schlag ist die ganze müdigkeit verpufft und ich bin wieder hellwach mama kann ich nicht da eine stunde wach bleiben versuche es abermals aber ihre antwort ist die gleiche wie zuvor auch es ist spät das geht nicht papa kommt herein du bist dir noch wach mein großer bemerkt dir ich nicke er schlägt vor schäfchen zu zählen gesagt getan ich stelle mir die wiese vor und wie ein schaf nach dem anderen über einen zaun hüpft das hilft nicht maulig kurz darauf und öffne wieder meine augen kann ich dich doch etwas länger wach bleiben meine eltern schütteln beide in den kopf du musst schlafen weißt du was großer ich mache dir jetzt eine warme milch mit honig und wenn du dann immer noch nicht schlafen kannst dann darfst du noch eine stunde länger wach bleiben schlägt papa mir vor gemeinsam lauschen wir wie papa die treppe runter trampelt und in der küche lärm macht ich höre das klappern von einem topf den tassenschrank und die schublade mit dem honig papa ist alles andere als leise dann höre ich wieder seine schritte auf der treppe mit einer tasse steht er im türrahmen und die milch ist noch zu heiß bemerkt er und so warten wir alle einen moment schließlich probiert er die milch und nickt zu finden dann legt er sich eine hand auf die brust und verzieht sein gesicht ganz komisch papa rülpst und dann bin ich eingeschlafen ende gelände annie der jonas ist jetzt eingeschlafen das wurde aber auch zeit wir hoffen ihr da draußen auch alle und ganz versprochen annie nächste woche da geht es wieder nach mittelerde bis dahin euch ne trökeneske zeit und schlaft schön schlaft schön schlaft 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 Vielen Dank.